Antenne Brandenburg ist hier am Dienstagnachmittag und das 11 Minuten nach halb 3 jetzt mit einer aktuellen Meldung vom Verkehrsservice. Vorsicht auf der A13 Dresden in Richtung Berlin. Zwischen Karla und Kittlitz liegen Autoteile auf der Fahrbahn. Fahren Sie bitte vorsichtig auf der A13 Richtung Berlin. Zwischen Karla und Kittlitz liegen Autoteile auf der Fahrbahn. Der Antenne Verkehrsservice immer schnell und aktuell. Und jetzt sind wir mal ganz kurz mit dem Fahrrad unterwegs. Aber was passiert? Plötzlich biegt der Lkw neben uns ab. Da haben wir kaum eine Chance, denn man steht ja im toten Winkel. 3200 Kollisionen zwischen Lkw und Radfahrer pro Jahr zählt die Unfallforschung der Versicherer. Und im Moment wird gerade der Abbiegerassistent als Pflicht für Lkw heftig diskutiert. Also ein Assistent, der beim Abbiegen der Lkw hilft. So lange wollte Kfz-Meister Sven Minezke aus Peiz nicht warten. Man kommt darauf, weil man immer mehr Medienberichte liest, wo Fahrradfahrer ums Leben kommen. Und irgendwann kommt einem der Gedanke, gerade so als Lkw-Teilehändler, dass man doch dagegen mal was tun könnte. Tja, und was hat er gemacht? Er hat selbst einen Abbiegerassistenten gebaut. Wie er funktioniert? Antenne-Reporterin Anke Blumenthal hat ihn sich angeschaut, denn die ersten Lkw fahren damit schon durch die Gegend. Es sind drei Teile, mehr nicht. Kamera, Verbindungskabel, Monitor. Sven Minezke startet den Lkw, setzt den rechten Blinker und ... Der Monitor geht automatisch an, sobald der Blinker angeschalten wird. Leuchtet den ganzen Bereich aus. Der Fahrer sieht während des gesamten Abbiegevorgangs, was im toten Winkel befindet. Es ist keine Neuerfindung. Die Einzelteile kann man kaufen. Aber man muss drauf kommen und der Preis ist unschlagbar. Deshalb ließ das Logistikunternehmen Poredda aus Cottbus das System in zwei Zugmaschinen einfach probehalber einbauen. Naja, auf alle Fälle hat man ein ruhiges Gewissen oder man hat alles Mögliche getan, was auf dem Stand der Technik möglich ist. Sagt Sebastian Poredda. Nun will die Firma den dritten Lkw von Sven Minezke nachrüsten lassen. Dafür wird die Kamera auf die Unterseite des rechten Rückspiegels montiert. Die strahlt in einem Winkel von 170 Grad ab und leuchtet quasi den gesamten toten Winkel aus. Der Monitor im Führerhaus ist etwa doppelt so groß wie ein Navigationsgerät. Den genauen Platz hat Christian Poredda bewusst gewählt. Ja, wir haben den Monitor ja extra in der Position angebracht, wo auch ungefähr der Blinkwinkel liegt für den Spiegel. Wenn man jetzt mal rechts abbiegt, dass man da direkt drauf schaut. Für Abbiegeassistent plus Einbau berechnet Sven Minezke knapp 500 Euro. Die auf dem Markt gängigen Assistenten kosten zweieinhalbtausend. Es wird sich herumsprechen, ist sich der gelernte Mechatroniker sicher. Im Moment haben wir die Systeme viel über Mundpropaganda verkauft. Das heißt, unser erster Testfahrer aus Peitz hat es auf irgendwelchen Rasthöfen anderen Fahrern gezeigt und dadurch kam der Verkauf so langsam ins Rollen. Freiwillige Sicherheitssysteme werden durch das Bundesamt für Güterverkehr zu 80 Prozent gefördert. Die Firma Poredda wird eine Förderung beantragen, denn sie will in Zukunft jeden neuen LKW mit dem System ausstatten lassen. Und dieser Assistent ist nicht abschaltbar. Gehört haben Sie darüber hier auf Antenne Brandenburg am Dienstagnachmittag. Ihnen einen schönen Nachmittag bei uns in der Lausitz und im LWL-Zerland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017